Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. Juli. Diese Landstraße im Süden von Limburg wird ausgebaut, das Bistum Limburg verliert weiter an Mitgliedern und es gibt Verzögerungen beim Ausstellen von Reisepässen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein 25-jähriger Asylbewerber aus der Türkei wurde vom Amtsgericht Limburg wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Zwischen November 2022 und Februar 2023 hatte er seine damalige Lebensgefährtin wiederholt misshandelt und bedroht, unter anderem verprügelte er sie mit einer Gürtelschnalle, was bei ihr zu bleibenden Verletzungen führte. Das Urteil könnte nun Auswirkungen auf seinen Asylantrag haben. Die sehr schmale Landstraße, die Lindenholzhausen mit der B417 verbindet, soll über eine Länge von 1,7 Kilometer ausgebaut werden. Davon sollen neben Autofahrern auch Radfahrer profitieren. Denn laut Hessen Mobil soll parallel zur Fahrbahn ein Rad- und Gehweg bis zur Bundesstraße entstehen. An der Einmündung der L34848 in die B417 sieht die Planung eine Ampelanlage vor, um den Verkehr an diesem Knotenpunkt besser zu steuern. Bis es zur Umsetzung kommt, kann es schätzungsweise noch ein Jahr oder länger dauern, so die Prognose der Sprecherin von Hessen Mobil. Das Bistum Limburg verliert weiter an Mitgliedern. Dies geht aus der aktuellen kirchlichen Statistik hervor, die jetzt veröffentlicht worden ist. Zum Stichtag Ende des vergangenen Jahres lebten in der Diözese insgesamt etwas mehr als eine halbe Million Katholikinnen und Katholiken. Das sind knapp 19.000 weniger als noch vor zwei Jahren. Wiedereintritte und Taufen können die Zahl der Sterbefälle und Austritte nicht ausgleichen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher und Taufen ist daher ebenfalls rückläufig. Resignation, Angst oder Rückzug seien jedoch die falschen Antworten auf die Entwicklungen und Herausforderungen, so Bischof Georg Betzing. Daher brauche es Initiativen, die Menschen in aller Freiheit den Glauben anbieten. Und es brauche Reformen, dass Menschen wieder Vertrauen an die Veränderungsfähigkeit der Kirche gewinnen. Kurz vor Beginn der Urlaubszeit gibt es offenbar Verzögerungen beim Ausstellen von Reisepässen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei der Bundesdruckerei kann es bis zu acht Wochen dauern, bis Reisepässe geliefert werden. Seit Anfang 2024 seien die Antragszahlen vor allem für Reisepässe außergewöhnlich deutlich gestiegen, sagt eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Das könnte vor allem jetzt vor den Sommerferien zum Problem werden. Für Länder außerhalb der EU wird ein Reisepass benötigt. Wer den Reisepass schon sehr bald benötigt, kann ihn im Expressverfahren beim Bürgeramt beantragen. Geht der Antrag bis zwölf Uhr beim Passhersteller ein, liegt der Reisepass in der Regel am darauf folgenden dritten Werktag im Bürgeramt bereit. Für das Expressverfahren wird ein Zuschlag von 32 Euro je Reisepass erhoben. Wenn der Reisepass auch im Expressverfahren nicht rechtzeitig vor Reisebeginn da ist, kann man sich gegen eine Gebühr einen vorläufigen Reisepass sofort ausstellen lassen. Dieser ist längstens zwölf Monate gültig. Die afrikanische Schweinepest breitet sich weiter aus. In Hessen wurden die ersten Fälle von Schweinepest bei Hausschweinen gemeldet. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, ist ein Betrieb mit neun Schweinen bei Biebesheim am Rhein im Kreis Großgerau betroffen. Bei einer Kontrolle war dort bei einem Tier, das Krankheitssymptome aufwies, eine Blutprobe genommen worden. Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurden die Tiere nach Ministeriumsangaben unter tierärztlicher Aufsicht getötet. Rund um den Betrieb wird nun eine sogenannte Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern sowie eine Überwachungszone eingerichtet. Auch in Rheinhessen wurden gestern die ersten Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen gemeldet. Zuvor war nur die andere Rheinseite betroffen. Wie die Kreisverwaltung Alzei Worms bestätigt, wurden am Samstag in Gimsheim zwei infizierte Wildschweine in der Nähe des Rheins entdeckt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvam.de.